Wenn du endlich reisen möchtest, solange du willst und egal wohin, geht es oft gar nicht darum, welche Tipps du noch umsetzen kannst, sondern welche Fehler du machst, die dich daran hindern zu reisen. In diesem Video sprechen wir über subtile Fehler, die dich vom Reisen abhalten. Der erste große Fehler, Perfektionismus. Perfektionismus ist oft nur vorgeschoben. Du willst gar nicht perfekt sein, du hast nur Angst, endlich zu starten. Mach dich davon frei, fang einfach an, denn Wege entstehen beim Gehen. Wie entsteht der Fehler in deinem Kopf? Naja, du hast eine perfekte Reise in deinem Kopf und möchtest genau diese Reise umsetzen. Aber in Realität wird das nicht klappen. Also hast du Angst zu starten, du schiebst Gründe vor wie, naja, wie ist das mit meinem Job, was mache ich, wenn mir das Geld ausgeht? Mein Tipp, fang einfach an. Denk an die 80-20-Regel. 80% sind einfach, für 20% musst du sehr hart arbeiten. Klingt erstmal abschreckend. Mein Tipp, nimm doch erstmal die einfachen 80% mit und dann schaust du, wo du stehst und suchst dir weiter deinen Weg. Oft verändert sich ja auch dein Weg, während du gehst. Ich selber habe als 14-Jähriger angefangen zu reisen in die Regenwälder dieser Erde, da ich mir selber beweisen wollte, dass ich mit nichts im Regenwald überleben kann. Habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht, aber mittlerweile reise ich eigentlich super gerne, einfach nur in fremde Kulturen, um zu gucken, wie die Denkansätze der Leute sind, wie die so leben und vor allen Dingen, was ich mitnehmen kann, um das in meinen Alltag zu integrieren. Ein weiterer großer Fehler, der dich davon abhält, deine Reisen zu realisieren, sind Meinungen von anderen Leuten. Was denkt deine Familie? Ist die Mama vielleicht traurig, wenn du ein halbes Jahr im Ausland bist? Alles Dinge, die dich nicht wirklich interessieren sollten. Lebe deinen Traum, denn du hast nur dieses eine Leben. Es ist nicht möglich, es jedem auf dieser Erde recht zu machen. Versuch einfach, nur es dir selber recht zu machen. Hör auf, dich selber zu belügen. Möchtest du wirklich reisen oder sind deine Ziele nur Ziele, die von der Gesellschaft akzeptiert werden? Wenn deine Ziele nicht wirklich deine Ziele sind, wird dir Motivation fehlen. Dies wiederum wird dich unglücklich machen. Hör auf, Dinge aufzuschieben. Dinge aufschieben ist einfach und deswegen machen wir es häufig. Mit Abstand der häufigste Grund, warum Menschen nicht reisen, den ich immer und immer wieder höre, Reisen ist teuer. Nein, Reisen ist nicht teuer. Es muss nur anständig, geplant und organisiert werden. Besuch mal meine Webseite. Es geht nicht darum, immer alles direkt perfekt zu machen. Pack doch erstmal deinen Koffer, dann buch dir einen Flug. Wie das geht, erkläre ich dir im nächsten Video. Übrigens können diese Tipps dir auch bei vielen anderen Dingen helfen, um deine Träume zu realisieren. Lass am besten direkt mal ein Abo da und schau jetzt das nächste Video.